hallo freunde herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahmesession vom projekt die burg ich habe mir inzwischen den namen überlegt daher kann ich ihn euch jetzt auch nennen den hatte ich ja bei der letzten aufnahmesession noch nicht und die ist inzwischen zehn folgen her so da war jetzt gerade ein endermann den wollte ich eigentlich noch holen aber der hat sich zu schnell verkrümelt so ich sehe da so ja stimmt ich hatte ja da schon was rein gemacht so wir waren letztes mal dabei stehen geblieben dass wir unten den ofen gemacht haben und dann ressourcen geholt ich gehe mal gucken da stand gerade noch ein creeper rum dass der mich nicht stört aber sieht so aus als wäre der weg ok passt ja erste aufnahmesession wer es nicht gesehen hat schaut einfach mal in die playlist rein so warte mal kupfer und aluminium aluminium müssen wir noch machen und dann wird es zu aluminium brass ich hoffe mal dass es ein bisschen was gibt ok so warte mal wir müssen hier erstmal einen kopf machen dann legen wir den kopf hier rein und dann es gibt aber viel grass soll mir recht sein wir müssen auch viel machen geht es hier nicht noch nie was ist wenn ich das jetzt aufmachen ist alles weg oder was kann ich das nicht auf die ecke machen doch warum kann ich das jetzt nicht rausholen das ist doch das richtige aber vielleicht geht es wirklich nicht auf die ecke keine spitzhöcke wo ist meine spitzhöcke komm warte mal wir nehmen wir haben hier ja noch die alte ich hoffe mal dass es jetzt nicht kaputt geht also ich hoffe dass es zeug was da drin ist auch drin bleibt noch ist es drin ich vermute aber dass es weg geht sobald ich einen von denen hier aufmachen dann kann ich den ding an nämlich da auch hinstellen dahin und dahin okay sieht jetzt nicht so toll aus aber ist zweckmäßig gut damit haben wir die erste schablone kann ich die da auch reinlegen dann brauchen wir eine kiste also kein holz okay ist wurscht wir haben die erste schablone dann brauchen wir natürlich noch das rot ist ja gut dass man das dann ein paar mal benutzen können dann wollen wir das x-bein legen ähm schaufel brauchen wir auch noch nein was soll ich denn mit 51 so dinger nehmen schande wie einwürft sie so teile ich mach dir einfach mal in den rucksack rein das wäre doch eine idee ich mach dir einfach mal in den rucksack rein so wieviel bras haben wir jetzt hier noch drin ein ingot warte mal wir könnten noch müssen wir mal schnell ein ingot holen was ich noch sagen möchte ist die folgenlänge habe ich inzwischen auf 15 minuten verkürzt ähm brauchst du warte mal ein brauchst brauchen wir doch äh folgenlänge habe ich auf 15 minuten gekürzt ähm weil ich einfach dachte das passt eher so ein ingot rein dann machen wir noch ein ingot cast oh der hat ihn gefressen hätte ich doch lieber ein anderes ingot rein ähm okay was brauchen wir noch kann man schwert auch gleich machen was gibt es hier denn noch alles schönes ne ich mach warte mal ich mach hier äh excavator hammer so machen wir die gleich noch dann sind die nämlich auch schon fertig so ein ex gerät 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 da rein haben wir da rein so ähm haben wir noch brass ein block noch ein block ist gut dann brauchen wir das große binding und dieses creeper gesicht wir starten hier voll durch ich mach jetzt einfach mal alles also wir werden noch viel mehr brass brauchen wobei das geht eigentlich so ja ich werde mich nicht beschweren so was haben wir noch ein gear nugget ähm ein dingst toolrot brauchen wir noch den latsch darf wir können den hammer halt noch nicht zusammenbauen weil wir noch nicht genügend von den ähm noch nicht genügend haben für diesen diese tool forge aber aber soweit soweit reit axt sharpening kit pen ingot haben wir blade tech tech brauchen wir im moment noch nicht ähm dann machen wir noch einen large sword blade oder sword blade haben wir eigentlich ähm large ne warte sword okay warte mal wir haben hier die normalen schwerter okay dann haben wir hier die kleinen äh attack 3 damage attack hold okay gut so so jetzt ist schon wieder nacht geworden hier gut gut wir haben immer noch fünf ingots von brass drin brass brass is a grass so also inzwischen werden die minuten äh die folgen auf 15 minuten gecuttet das ist denke ich für euch auch angenehmer da müsst ihr mich äh 10 stunden euch konzentrieren so jetzt lass mich mal überlegen hab ich hier noch irgendwo holz ja was natürlich noch fehlt ist hier häusermäßig irgendwas ähm aber das wird nach und nach kommen ich mach jetzt die mal da unten rein ups weil der rucksack soll eigentlich jetzt nicht dafür sein so jetzt habe kupfer und zinn brauchen wir kupfer und zinn daraus wird jetzt bronze exakt damit können wir nämlich diamanten abbauen das ist das interessante daran auch hier platz platz ist das wichtigste die dinge hier rein das da rein das weg kreisen könnte man eigentlich auch machen dann hätten wir da nämlich ein bisschen platz mal ähm und dann mal knochenäpfel ähm und dann mal knochenäpfel so gut jetzt siehts jetzt siehts äh mal ordentlich aus boah aber ein haufen bronze so warte ich brauche einen tool rod ich brauche eine ex und das hier und das gleiche noch aus schaufel habe ich habe ich einen blödsinn gemacht kopf war ne war schon richtig aber vielleicht sollte ich ähm ein ein tool rod durability 60 copper ok ne passt dann 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 und dann Untertitelung des ZDF, 2020